Und damit heiße ich euch herzlichst Willkommen zurück zu einer Runde Better Grounds mit dem guten Kunran. Schönen guten Tag. Komm schon, ich will hier nur rüber über den Sound, ach er lässt mich nicht. Boah, da ist gerade Weltuntergang bei mir. Außen. Jetzt wo die Sonne gerade untergegangen ist richtig, stört jetzt nochmal. So Kunran, du besorgst die Waffen und tötest sie alle. Hier ist direkt noch eine für dich. Ich habe keine Ahnung wo die Leute runtergekommen sind hier. Munition habe ich dir neben liegen lassen. Ja. Ich weiß es heute auch nicht. Ich muss kurz mal das Fenster zu machen, scheiße. Sorry Leute, aber das ist ein bisschen hab ich hier gerade. Was macht das Fenster zu da, ist ja unglaublich. Ach so. Ein Traum, ich höre Spiel. Boah ist das laut gewesen gerade. Hier ist gerade Wolkenbruch. Eine Weste siehst du auch Bescheid. Ich habe aber auch noch keine von daher. Ja. Hier werden zwei Westen siehst du auch Bescheid. Und vierer. Energy. Okay. Erstmal nach hinten raus checken. Wartgen. Oh. T2 wäre es da. Eins wäre gut. Noch ein Tower oben. Wartgen. Tür ist zu. Beide Türen. Da ein großer Loot sehen. Fuck. Na gut. Let's try. ich höre nix loot ist noch da okay alles klar nehm ich die scar mit oder für die scar ist nicht hier und vier sehr schön ja den hatte ich schon passt passt zu meinen karabiner ich habe schon was das ist ja ich habe warum ist da noch eine deswegen deswegen fragen ich ratifiziert manchmal manchmal habe ich auch das gefühl dass man hier sachen applizieren kann nochmal hoch zu verhindern rettet oder so da nix noch mal aufs dach wirst du ganz oben ja aber ich sehe hier war der gegner richtung zweiter bunker ich schießt drauf kommen oder ne 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 warte pass auf 105 hast du auch gesehen oder die meinst du ja bei dem jeep ja ja wir kommen raus aufs dach sobald er einsteigt bin ganz oben und offen also ich bin im turm kann auch drauf schießen okay sobald er einsteigt vor der kabine welche entfernung ist denn das keine ahnung einfach drauf schießen links wo genau fehlt bei den silos hat nicht das ist für mich jetzt dahinter ja 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 lachen habe ich getötet ja das war oh shit wechseln oh fuck holy shit geh runter geh runter geh runter ja bin ich bin ich bin ich hast du was zum heilen für mich ich müsste weh sein wir haben ein paar bandagen ne komm rein oh shit mal alter auf mich zu schießen es geht mal dir hier ein paar bandagen und energy richter vertreppe energy hätte ich sonst auch noch schritte von da wo du reingekommen bist ja er ist hier im haus ne ja ich weiß noch nicht wo ich auch nicht hat die tür aufgemacht what ist er bei dir drin kann sein ich könnte schwirren da wurde weiter geschossen noch oder hier hoch hier hoch hier hoch hier hoch hier ist noch einer ich glaube das war ein eigenes team ja die waren die waren zusammen ja ja aber wir haben das muss war ja ein eigenes team auf jeden fall ja wo ist das team wo ist der teammate von dem den wir da hinten gekillt haben ich weiß es nicht eine ump auf dem dach ich komme rein schließe die türen dann gucken wir was wir hier an heilung haben für dich die haben nichts oder was nein gar nichts zum heilung ich meine auch sonst munition hatten die auch nichts nicht viel okay komm rein ich suche mal ein bisschen mehr deckzeug für dich da hinten bei dem den wir ungenietet haben hat der eine t1 helm und weiße jacke an oder sowas ich habe keine ahnung ist schon ausgelockt siehst du nicht mehr ja ja sind ausgelockt schießt der denn schießt der auf mich könnte sein ja dann ziemlich schlecht haben wir eigentlich ein auto hier irgendwo ja hier ist ein pack ich habe hier ein bisschen und ach da sehr schön bring den mal mit was bringst du mir mit auto achso könntest du einsteigen püppchen sollen wir jetzt rein achso ich rede mit meiner mate hier die ist ein bisschen grenzivil wieder wo wurde auch dich beschwissen also komm wieder rein können wir hier noch ein energy und so droppen ja mein energy läuft gerade zwei stück ey dieses gewitter da draußen hört sich an als ob einer fast durch eine lagerhalle rollt ist das übel ich habe hier noch ein paar hundert schuss für deine alles gut ich habe nichts gesehen von oben lieber ein red dot nehmen okay geh mal ein stück zur seite wieder lass mich da mal nachgucken oh mein herrn hier oben hat er dich abgeknallt ja aber ich habe keine ahnung vielleicht war das auch einer von denen die wir getötet haben kann ich nicht ausschließen okay hier sehen wir nichts hier sehen wir noch mal einen turm nichts zu sehen oh nein also niemand kann man auf den senkel gehen okay ich gehe noch mal raus aufs dach ne perche etage die zone kommt ja wir sollten los ja steig schon mal ein ich nehme noch ein bisschen munition wo hast du das auto genau hingestellt hinterm haus naja hier wir hatten die einen t2 irgendwie ne ne na dann kundrain fährt achso ich ist da fahren ok na warte ich gehe mal warum geht das nicht achso fetsche taste oder ne jetzt kann ich ja wir können noch am strand oder einfach mal ein boot nehmen würde ich sagen fahren wir runter ja nehmen wir die safe variante und fahren dann mit dem boot und gucken ob wir einen hinterhinterhalt machen können einen hinterhinterhalt vorsicht die sind massiv vorsicht ja die schilder sind ich habe die dinge quasi nicht gesehen eben muss ich verstehen die sind ein bisschen scheiße die schilder du musst da irgendwo zwischendurch von ran du schaffst das wer nimmt den letzten der da ist dann kommen wir da nicht durch nehmen zwei rechts bitte ja danke links lenken wenn wir jetzt explodieren wir sind fest raus 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 bevor er kaputt geht wir nehmen den da hinten holy shit was hast du hingen wir nirgendwo dran aber dieser maschendrahtzaun ist aus einer titan ja ich merke das schon betonlegierung wir mischen jetzt einfach ein paar werkstoffe die uns gerade so in den kopf kommen du holst das auto ich glaube schon mal vor ja ja ich mache eigentlich was an medikamenten noch hier ich habe noch ein boot zwei booster das hast du gekriegt wo ist denn der kunst ach du läufst überm berg warum das denn ja hatten wir nicht gesagt wir wollen die berge vermeiden kundran na weißt du alles klar kann man mal machen ich habe nichts zum heilen übrigens bei mir warst du hinten rechts ich habe nichts zum heilen wir sind nah an der saun kannst du rüber rennen was war das denn ich kann mich nicht bewegen ich kann mich nicht bewegen doch geht lauf da rein jetzt kundran oder steig ein ist mir egal ich werde das nicht schaffen doch ich heb dich gleich nochmal auf ok bitte steig danach sofort ins auto kundran nicht bewegen holy shit ich werde mich einfach über den Haufen bei mir wirst du nicht bist du ich in das auto gerannt einsteig jetzt gib gas du musst dein Leben ein bisschen im Auge behalten das ist das Problem nicht totgehen jetzt ok so jetzt drücken sie sich bitte noch einen booster ach ja keine ahnung nimmst du den und ich nehme den also gucken wir nochmal die Häuser am Strand oder so ach guck mal was ist das mit uns beiden das ist schon bitter wir haben uns gerade so schön hochgeheilt dann fährt er mich über den Haufen ok also wir sind gerade nur zwei Opfer also guten Tag er wird gelootet jetzt alles medikamentöse medikamentöse bandagen nix vor allem schnell wie sieht es mit der Saune aus ja wir müssen voll über die Brücke hast du ein paar Bandagen oder sowas nope woher denn jetzt naja man kriegt nie das was man braucht richtig oh Bandagen ich habe welche das ist gut das ist gut du drobst mir die gleich und dann aber du hast auch nicht hast halt auch nicht viel ja ich habe zwei und du kriegst drei ohne wir müssen gleich weiter kommen ja du drobst mir die Bandagen würde ich sagen und holst dann das Auto wo sind die wo bist du ich habe selbst so ein Daten hol das Auto ok geparkt da hin fuck aber wir müssen eh noch da oben ich muss noch da oben kommen ja wir müssen über die Brücke also Kunran weg von meiner Karre jetzt ich fahre jetzt hinter dir jetzt hörst du wieder auf mich zu ich habe gebremst steigen sie bitte ein wir müssen los ja das gewesen wenn du jetzt hier nicht hochgekommen wirst das wäre so gekommen hier wird keiner mehr sein es gibt immer so ein paar Wahnsinnige die haben nämlich ganz viele Medikamente da fahren die Brücken den Camper gerade weg die wäre genau richtig gekommen ja haben wohl keinen Loot gekriegt was blöd wenn ich jetzt noch einmal down gehe dann wird es sehr schwer dich zu holen richtig ja ich bin gerade so ein bisschen am überlegen wo wir hin können habt ihr auch nicht mehr in die Sohn rein ja das sollte möglich sein aber wo können wir noch ein bisschen looten ja ich habe zumindest ein paar Bandaten ich habe ja noch ein paar Bandaten wir könnten uns nach Pochinki trauen aber ich weiß nicht ob das sinnvoll ist ich auch nicht ein bisschen Häuserkampf oder so was meinst du? ja weiß ich nicht komm scheiß doch straight auf Pochinki zu auf die ersten Häuser und dann gucken wir was wir da kriegen wenn wir ein Glück haben was heute ja relativ ist ich sehe sonst keine Chance der Rest könnte schon gelootet sein hier hinter halte ich an ich könnte mich jetzt erstmal hier heilen shit die Häuser sind leer hier rein ich leih mich erstmal hoch mhm das mache ich auch gerade das war glaube ich die letzte Vantage ja und nicht hier zu bleiben ist hier alles leer? hier auf der Ecke ja wir müssen sowieso weiter ich würde zwar denken dass wir vielleicht Bandagen irgendwo am liegen lassen aber Auto wo? auf den Feldern hinter uns wie ist er kurz? naja sind weg ich höre tatsächlich nicht mehr so also ich höre schon noch gut aber mein Problem ist dass es gerade richtig anfängt zu schütten also deswegen habe ich auch alles dicht gemacht gerade ich weiß nicht bei mir ist alles dicht aber also ich weiß nicht jetzt müssen wir uns mal überlegen wo wir hinwollen wo noch ein ich könnte einfach irgendwo hier auf den Berg fahren aber darf ich einsteigen? ja dazu erläutig jetzt geht sicher irgendwo ja schwierig wirklich schwierig wir müssen eigentlich müssen wir irgendwen töten hier vorne direkt auf den kleinen Hügel bleiben und Leute aus Putschinki töten da hast du auf uns geschossen ja ja das waren die aus dem äh wir sind da links können wir auch töten die schießen aber nicht auf uns ok also links in den Bauernhäusern sind Leute dran haben wir auf uns geschossen dann schauen wir doch mal ob wir die abknallen können hier ist einer direkt close westen sofort down wir flattern ich würde sagen oben also ich habe einen ne? ja ich weiß oh 20 Bandagen nehmen sie alle wir gehen ein bisschen weiter komm dran weg von hier war ein bisschen laut ähm norden buggy erstmal safe stellen willst du mir noch eine Bondage drum? dir gerade alles die Hälfte ich habe ja nur einen Booster gekriegt den nehme ich selbst alles gut ok ok oh und das mit dem Viererscope oh richtig sick Viererscope auf der UMP ein Shot ist denn geschossen ok ok also ich bin mir nicht sicher ob der das war deswegen würde ich noch mal hierbleiben das ist Pochinki das geht gerade richtig rund über die Felder laufen sie wo? gerade äh 280 oh das hat weh getan mein Freund jetzt stirb doch einfach oh come on sieh sie nicht sie sind in der Zone bin der Schuss genommen ernsthaft nicht gestorben oh das ist bitter ok wir müssen weiter ein bisschen rechts rüber nicht dass sie uns rumlaufen mhm oder halt von hinten was kommt beziehungsweise rechts oben das ist ein Drop und holy shit ja jetzt wieso nicht vermutlich halten sie sich gerade sehr low ja sehr wahrscheinlich sehr low der eine hat gut kassiert mit dem Car ja dazu noch der Zone Damage die heilt sich gerade voll hoch erstmal wie weit müssen wir gehts auch ja ich bin Buggy hinten bin eh da sind sie wo? NNW ist down hinter der Kiste ist ausgenockt alles klar sein Kollege müsste wahrscheinlich auch nach links von uns sein irgendwo genau ich würde sagen Westen ja meiner ist down ich hab den Kill sehr gut meiner hat er wahrscheinlich mehr jetzt einmal aufgehoben ja es ist im selben Moment ist noch ein Kill passiert warte da Westen auf den Feldern Westen sehe ich nichts ach komm ey mir doch ach hinter dem kleinen roten Haus Sound kommt weiter shit weil er nicht liebt den Kollegen na ein bisschen Heilung haben wir noch so pass auf wir waren recht laut ne ja können auf uns warten ein Update oder so hast du was für ein bei links was gehört oh shit das Haus da hier ist noch ein Buggy ich dachte ich hätte links Schritte gehört ich bin der Sau und ein Kondran Sound fuck you macht noch nicht sehr viel Schaden geht noch aber sobald sie sich berühren das wird weh tun auch nicht schon wieder ja ja fuck you oh jetzt jetzt tickts jetzt tickts jetzt tickts richtig ja vorne in den Busch lass mich nicht sehen in den Koffer ich würde ja ganz gerne den Kollegen killen der da so laut schießt siehst du ihn denn nö gehen wir mal links rum würde ich sagen ich glaube aus der Zone kann keiner mehr kommen ne 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 das überlebt keiner dass wenn soweit er anfängt zu schießen ist er tot eine Minute jetzt mal ein bisschen die Sonne im Auge behalten die Timer ja ich glaube der steht hier oben irgendwo und schießt runter da vorne ist er im Norden jetzt läuft er im Hill siehst du ihn? ne jetzt jetzt läuft er wieder Norden jetzt oh dicker das hat weh getan hast du hier nicht? wo ist er? also er hat ihn nochmal gehittet er ist ausgenockt ist ausgenockt ist ausgenockt wo ist sein Teammate? 20 Sekunden ja sein Mate ist auch unten links irgendwo 10 Sekunden ich glaube nicht dass er ihn noch befreien kann oder? ich auch nicht einfach weiter alles im Auge behalten auch oben rechts noch mal nicht gedeckt in der Zone ich würde jetzt hier weiter den Hang im Auge behalten ja er ist tot hab den Kill ja ich seh es unten geht es auf dich? nein ok aber das ist noch hier oben ja warte noch auf seinen Mate der Mate muss tot sein ne ne ich glaube der ist ne ich bin 100% sicher dass der Mate getötet worden ist ok ok weil die dein Kill und komm hier holy shit ja das ist das ist die MG die große unten siehst du ihn am Baum? Himmelsrichtung Norden da wo das Blut spritzt jetzt habe ich ihn gesehen erst Nordwesten entschuldige ausgenockt sehr schön ich schieße nicht weiter sein Mate wo ist sein Mate? nicht weiß nicht ob der das war Pusche hier links rum wo ist der? ich kann nichts sehen ich glaube die Granate muss also close sein ich seh ihn nicht wo ist er? ich seh ihn auch nicht er muss irgendwo direkt vor mir sein wo sind die Einschlüsse? das ist ja rechts von mir was? da bin ich nein da äh ne oder so fuck you ich muss gleich laufen wieder er hat mich ja nein er ist hinter dem Stein im Westen ok gundan ich bait ihn jetzt Ziel Ziel er kommt gleich raus um mich zu töten da war er ja er schießt in die Granate er muss sich gleich bewegen hinter dir hinter dir nicht nur in eine Richtung hinter dir der schießt nicht schießen hinter dir ist der hinter dir ist der das war der von unten ich hätte den unten machen müssen ah er hat gerade zwei Schüsse abgekriegt mit dem Karabiner oder eine APM aber eine geile Ruhe ich habe drei Kills ja war nett wie viel hast du? ich habe auch drei ja sechs Kills kann sich doch sehen lassen ja dafür dass wir mit einem T1 Helm durch die Gegengewandert sind und keinerlei Heal haben keinerlei Heal das war echt ein bisschen hab ich ja an der Granate gestorben bitter aber passiert okay so ist das Spiel müsste auch ordentlich langsam vorbei sein ich hätte nicht gedacht dass der da unten noch lebt ne na gut bedanke mich für's macht es gut bis zum nächsten Mal euer Midnight tschau tschüss